Ah ja, 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 Mann, 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 oh shit, here we go again, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und natürlich auch an alle anderen, äh, und, äh, hallo, ich bin der Captain und ich bin jetzt, äh, offiziell nicht mehr links. Lasst mich kurz ausholen, ähm, und ich werde das jetzt gleich hier, ähm, zum Anfang machen, ähm, das ist eine Sache, da muss ich drauf eingehen, weil eventuell auch heute Abend hier im Chat noch ein paar Fragen fallen werden, ich weiß es nicht, keine Ahnung, gut, okay, was ist passiert? Ähm, ich wurde gestern bei Dekalent im Stream erwähnt, auch namentlich. Ähm, da muss ich, äh, muss ich sagen, fand ich, fand ich nicht so nice, weil es sich um eine, äh, bei der Sache handelt es sich um eine Sache, die ihr vielleicht auch mitbekommen habt, auf jeden Fall die, die jetzt schon länger dabei sind, ähm, sind nicht ein halbes Jahr zurück. So, und das, äh, kam gestern bei Karl nochmal auf den Tisch. So, rum geht's. Ähm, es geht um eine Pro-Palästina-Veranstaltung hier in Bremen vor gut einem halben Jahr, irgendwann im Januar war es, glaube ich, ähm, da war ich zufällig vor Ort. So, so, und, ähm, dort stand eine junge Frau mit einem, äh, From the River to the Sea-Schild und, ähm, ja, ähm, ich bin dann zu der hingegangen, hab gesagt, ähm, hier, ähm, was, was soll, was soll das Schild? So, ne, ich wollte, ne, einfach mal fragen, was soll das Schild? So, und dann kam von der Dame, ähm, einfach locker, ungefilterter, harter und für meinen Geschmack sehr ekelhafter Antisemitismus in Richtung, ähm, Juden. Also nicht gegen die, äh, äh, israelische Regierung, nein, äh, in Richtung jüdische Bevölkerung. Und ja, da sind natürlich auch Idioten dabei, ganz klarer Fall, ganz, ganz klarer Fall, ne, aber, äh, das, was da vom Stapel gelassen wurde, ähm, ich hab dann gesagt, hier, lass uns doch, lass uns doch mal eben in Ruhe drüber reden. Ähm, da wurde dann nochmal eine Schippe draufgelegt und, ähm, noch eine Schippe und noch eine Schippe und das endete dann am Schluss damit, dass, äh, dass man, ähm, auch nochmal zwei, drei Sprüche, äh, in Richtung meiner, äh, sexuellen Ausrichtung, äh, lassen musste, weil ich zu dem Zeitpunkt noch lackierte Fingernägel hatte. War ich sauer. War ich stinkendsauer, gerade weil ich auch in der, in der, in der, im weiteren, ähm, Verwandtschaftskreis auch, äh, einige, äh, jüdische Menschen habe. Deswegen hab ich das extra nochmal eine Schippe drauf schockiert. So. Was hab ich gemacht? Hab ein Foto gemacht. Von ganz weit weg. Also nicht nah dran, Kamera ins Gesicht gehalten und fotografiert. Nein, ich, äh, hab von weit weg mit Zoom, sodass es echt ein beschissenes Bild wurde, ähm, fotografiert, Gesicht unkenntlich gemacht und auf X gepostet. So. Ähm, im Nachgang, was ist passiert? Ähm, der Staatsschutz hat bei mir angerufen, weil die haben meine, die haben meine Nummer. Ähm, aus, äh, ein paar Gründen, was jetzt damals Querdenken angeht, äh, angeht, was auch damals, äh, die Sache mit Mr. Knight anging und so weiter und so weiter. Die haben also meine Nummer. Die kennen auch meinen, meinen X-Account. So. Und hatten mich, hatten mich halt darum gebeten, denen das Bild zu schicken. Bin mir gedacht, kannst du ja machen. Äh, erkennt man sowieso nichts drauf. Ne, Personenidentifikation anhand dieses Fotos absolut unmöglich. Gut. Was hätte ich für eine Alternative gehabt? Ich hätte sagen können, nee, schicke ich nicht. Hätte ich hier zwei, drei Tage später unter Umständen, äh, direkt jemand vor der Tür gehabt, äh, und, äh, dann nehmen wir mal die Geräte mit und gucken mal, wo das Foto ist. Das wäre die Alternative gewesen. Kann ich mir nicht erlauben. Kann ich, kann ich mir nicht erlauben. So. Und, ähm, ja. Und, das war die Geschichte. Dann, äh, war ja die Geschichte, dass, äh, Seth mich damals, also vom Mobsente, ähm, Seth van Doom mich, äh, gecancelt hatte. Auch schon deswegen, dass ich damals, äh, auch schon ordentlich Follower verloren hab. Deswegen, ähm, bin dann ja mit Seth ins Gespräch gegangen, hab dem das genauso erzählt, wie ich's euch jetzt erzählt hab. Und, ähm, im Nachgang waren, waren Seth und ich wieder cool. Ähm, hatte sich alles wieder beruhigt. So, bei Carl kam dann auch noch auf den Tisch die alte Geschichte, dass ich halt auf, äh, Antifa-Demos Antifa-Filme. Und, ähm, wer mich jetzt seit Monaten verfolgt, der weiß, dass ich da die Kritik auch angenommen habe und auch, ähm, jetzt Sachen in meinen Demo-Streams komplett anders mache, als ich sie vorher gemacht hab. Das heißt, ihr seht, wenn wir durch Antifa laufen, entweder ein Blackout-Screen oder nur den Himmel. Auf allen Dingen Veranstaltungen seht ihr nur den Himmel. Fakt. Ist so. Hab ich draus gelernt, mach ich nicht mehr. Auch im Umgang mit der Polizei komplett. Die sollen ihren scheiß Job selber machen. Da hab ich nix mehr mit zu tun. Hab ich aber auch schon vor Monaten gesagt. So. Richtig, richtig, Gräfin, ne? Okay. So, aber trotzdem kam das gestern nochmal auf den Tisch. Mir wurde mein Link sein, äh, abgesprochen deswegen. Ähm, Carl hat das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, was im Nachgang noch lief. Und ich weiß auch nicht, warum das nochmal aufgekommen ist. Ähm, ich find's halt nur schade, dass man mich nicht nochmal diesbezüglich vielleicht vorher hätte drauf ansprechen können. Äh, und vielleicht mal fragen können, ist das wirklich so, wie es gewesen ist? Was ist da im Nachgang passiert? Was war deine Intention dahinter? Jetzt ist es halt wieder so, dass es heißt, ähm, ich muss alle Linken vor diesem Menschen warnen. Passt auf, wenn der bei euch auf der Demo rumläuft, der filmt Antifa. Und steckt das weiter in den Staatsschutz. Bullshit. Bullshit. Absoluter Bullshit. Ist halt Quatsch. So. Ich sehe auch, äh, ich sehe, ich sehe, ja, ähm, ich sehe auch bei den, bei den Demonstrationen jetzt, äh, die, die stattfinden bei den pro-israelischen Demonstrationen mittlerweile auch ein bisschen was anders, als ich es vorher gesehen habe. Nicht bei allen, ganz besonders nicht in Bremen, wo die pro-pali-Demos unter, teilweise unter Beteiligung, äh, des Hamburger Schwurbels laufen, UMEA e.V. Komplett durchgeschwurbelter Verein. Ähm, gefilmt wird auf den Demonstrationen hier in Bremen immer von Wolfgang W. aus Bremen, der heute mal den, äh, pro-pali-Protest filmt. Und morgen ist er dann in Fistring bei der AfD, weil da kennt man sich ja auch. Stand übrigens auch für die AfD hier auf dem Wahlzettel. Also hätte er gestanden, hätten die antreten dürfen für die AfD. Dennis, the brain, ist da nicht besser. Er ist auch immer mit dabei. Ähm, und, äh, allein dieses Zusammenspiel, da mit Menschen zusammenzuarbeiten, die, äh, offen mit der AfD sympathisieren und, äh, auch mit Reichsschulden, Kriegsbürgern. Dieses Zusammenspiel hier in Bremen mit den pro-palästinensischen Protesten verstehe ich nicht und die kritisiere ich auch und das darf ich auch. Gerade wenn sich solche very bad alliances bilden, muss man das auch ansprechen. So, und ja, es gibt, es gibt vernünftige, äh, Demonstrationen und ich verstehe auch jeden, der, der dagegen protestiert, was da gerade abgeht im Gazastreifen. Weil da läuft auch richtig viel falsch. Da läuft richtig, richtig viel falsch. Aber, ähm, der, der Punkt ist halt, ich hab mich, ich hab mich aus Absicht dann seitdem aus diesem Thema komplett rausgezogen. Weil ich erstens nicht viel davon weiß. Weil ich zweitens, ähm, weiß, wie aufgeladen dieses Thema ist. Und weil ich drittens mir zwar selber meine Gedanken mache, die aber nicht unbedingt in die Öffentlichkeit tragen muss, weil ich hier auf meinem Kanal ganz andere Sachen behandle. So, Fakt ist, es ist gelaufen, wie es ist. Heute laufen andere, äh, laufen Sachen völlig anders, völlig anders, komplett anders. So, und mich dann auf einer, äh, auf einer Basis von einer Sache, die vor einem halben Jahr passiert ist, die ich auch erklärt habe. Und, ähm, die ich auch, ähm, schon öfter thematisiert habe hier beim Stream, äh, im Stream. Und auch, dass ich Sachen jetzt anders mache. Ja, also auf, auf, aufgrund des Wissens von vor einem halben Jahr, wo das auch auf Twitter kurz die Runde gemacht hat, ne, wo ich gecancelt wurde, wurde ich dann halt gestern bei Karl nochmal gecancelt. Und Karl hat mir offiziell das Linkssein abgesprochen. Das ist passiert. Ähm, hat mich 20 Follower gekostet. Gut, dann ist das so. Die hätten ja auch mal vielleicht nochmal nachfragen können, ob das, was Karl, äh, da erzielt, auch so ist. Danke für die 50. Ähm, hätte man ja auch mal machen können, vorher mal Fragen vorm Entfolgen. Äh, Dekaldent. Ja, gut, ähm, ich mach, äh, ich mach Karl da jetzt, ähm, ausschließlich den, den, den Vorwurf, dass er nicht vielleicht vorher nochmal geschaut hat, was ist in der Zwischenzeit passiert. Ne, ne, was ist in der Zwischenzeit passiert. Da hätte man auch gerne mal auf mich zukommen können, aber gut. Es ist jetzt, wie es ist. Ich bin von Karls Seite aus offiziell gecancelt, ähm, und, ähm, ich bin jetzt offiziell nicht mehr Links. Punkt. So. Damit, äh, werde ich auch das Thema für mich hier beenden. Ich weiß nicht, ob, äh, eventuell nochmal, äh, ein Gesprächsangebot kommt. Danke für dein Follow-Fair-Fair-Fair-Wesen. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob da nochmal irgendwie was kommt, ähm, ob auch nochmal ein Schuss gegen mich nachkommt. Keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht, Gräfin, musst du den Job wieder übernehmen, ne? Ganz klarer Fall. Hat mich, hat mich sehr getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr getroffen. Ähm, ich hab auch echt beschissen geschlafen letzte Nacht. Ich hatte echt, äh, einen beschissenen Abend. Obwohl der Tag eigentlich sehr schön war. Ähm, aber das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, ich mach weiter. Ich lass mich davon jetzt auch nicht, äh, irgendwie, ähm, davon abbringen, hier weiter meine Streams zu machen. Um Gottes Willen, nein. Weil, ich hab, ich hab eine Aufgabe innerhalb der linken Bubble. Ähm, andere haben andere Aufgaben innerhalb der linken Bubble. Und wenn wir jetzt anfangen, uns gegenseitig zu behaken, wer gewinnt? Rechts. So, Punkt. So seh ich das. Ähm. Ähm, und von daher, äh, werde ich das Thema jetzt auch beendigen, äh, beendigen, beenden. Und, ähm, ja. Und, ähm, und von daher, äh, beendigen, 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 äh